So und Damen herzlich Willkommen zurück zu Tomb Raider. Haben wir schon gespeichert? Tomb Raider. So wir haben jetzt zwar doppelt gespeichert aber doppelt hält besser. Ja. Ich dachte ich sterb jetzt. Man kann nie oft genug speichern. Ja vor allem nicht in Tomb Raider. Das haben wir gelernt. Ja, auch wenn du schon das zwanzigste Mal speicherst, speicher lieber noch mal. Es kann sein... Es kann immer sein, dass du dich beim Speichern verdrückt hast und aus Versehen eine Kopie von deinem Fotoordner gemacht hast. Es ist alles möglich. Ich hasse dieses Spiel. Ich weiss. Ich hasse dieses Spiel. Wer... Wer soll das riechen? Boah, Cor-Design hatte ich... aus 25 Jahren später geprankt. Nein, nein, nicht dahin! Doch. Oh, okay. Deswegen, wer soll das riechen? Ich dachte, es war nur ein Frank von denen. Nee. Du sollst halt andersrum darunter. Wer soll das... Wer soll das... Jetzt mal... Wer soll das... Ich... Ich frag... Ich... Ich wiederhole mich nur ungern. Wie bitte? Ich wiederhole mich nur ungern. Wie bitte? Ich wiederhole mich nur ungern. Ich wiederhole... Ich wiederhole... Ich wiederhole... Scheiße. Was ist los mit den Behörden... Hab ich recht? Hab ich recht? ACAB aus der Sherlock Holmes. Hast du ne Batterie? Nein, das ist der Schlüssel. Als... Warum soll es dir ne Batterie geben? Keine Ahnung. Frachcordesign. Wir sind in fucking Ägypten. Ja und? In Ägypten gibt's auch keine schwebenden Plattformen, die unsichtbar sind. Frachcordesign. Die müssen's wissen. Ja, die wissen auch, dass es Batterien in Ägypten gibt. Ja, mit Deacon. Ja. 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 Natürlich, das kleine bisschen kannst du nicht hochspringen. Du bist... Bissin blöd. So. Jetzt muss ich aber richtig rum, na. Die... Diese... Diese... Diese Firma. Ey. Wie konnte sie noch fucking... Fünf weitere Tomb Raider-Spiele erschaffen? Wie konnte ich diese Spielereihe lieb... Wie kann ich diese Spielereihe immer noch lieben, aber diese Firma so sehr verabscheuen? Man wird jetzt denken, der Typ hier, der macht hier einfach nur Spaß, aber nein. Kordesign. Kordesign hasst mich. Und du hasst Kordesign. Und ich hasse Kordesign. jetzt nicht nach links gehen. Also, schon, aber, ne. So genau. Oh Gott. Zum Glück habe ich da oben gespeichert. Oh Gott. Zum Glück habe ich da oben gespeichert. Okay, jetzt wird's lächerlich. Das Video hast du da oben gespeichert. Wie... Das ist halt wie so ein Pixelsprung, ne? So, was habe ich jetzt anders gemacht als den Versuchen davor? Ja. Du sagst mir nicht no. Das lass ich nicht zu, Lara. Oh Gott. Ja. Du mir auch. Oh Gott. Was? Das ist was Neues. Man kann's sagen, äh... Sollte es etwas gegen, äh, die Bomben tun. Meinst du? Ja. Na gut, dass da ein Medi-Pöck ist. Kordesign hat mitgedacht. Haben sie das? Ja. Sie haben mal... Empathie gezeigt. Ich werd verrückt. Ja. Ich glaube schon wieder Weihnachten. Nee, heiligabend. So. Hey. Jaaa, Lara. Ich hab dich auch ganz doll lieb. Kordesign abonniert dich nicht. Das ist nichts Neues. Ich werd locker gestorben. Das sag ich dir jetzt schon. Oh ne, ich werd das Gefühl nicht los, dass wenn ich jetzt gleich da rausgehe, dass da neue Gegner sind. da sind neue Gegner. Das sag ich dir. Das sag ich dir. Das sag ich dir. erhöht. Okay, so schlimm ist es nicht, aber es fühlt sich so an. Kannst du sagen, 700-fach so... Oh. Das sag ich mir vorher überhaupt nicht gespeichert haben. Ganz im Gegenteil. Wie muss ich bei ihr schon ne gelöscht haben. Tja, die dunklen Geheimnisse von Tomb Raider. Eine solch fröhliche Musik. Die erwärmt doch mein Herz. Und ich bin überrascht, dass wir wirklich nur ein Artefakt holen mussten. Ich dachte wir müssten wirklich jetzt wieder vier holen. Entweder ich bin blind gewesen, oder es war wirklich nur dieses eine einzige Artefakt. Spoiler, du bist blind gewesen. Nein, bin ich nicht! Wieso, hä? Es war nicht nur dieses eine Artefakt. Ja, hab ich schon gesagt. Spoiler, du bist blind gewesen. Ja, bin ich nicht blind gewesen. Wieso? Weil es nicht nur dieses eine Artefakt war. Aber das ist... Aber du hast es ja nicht gesehen, wo das andere hinkommen. Ja, doch, vorne. Ja. Ja, aber ich... Das meine ich halt. Entweder ich bin blind gewesen... Also ich glaube, ich weiß, wo das andere ist. Das andere muss hier sein. Und wenn es nicht hier ist, dann ähm... Möchte ich mal... Das würde ich allzu gerne machen. Ich überleg beim nächsten Mal einfach so einen Kopfsprung dazu machen. Ein Koch-Schwung? Ja, ein Kochsprung auch. Ne, ich koch schon vor Wut. Ja, so einen Sprung also. Okay. Da warst du jetzt nun schuld. Du kannst keine Abkürzungen in Jump Vader nehmen. Gibt es nicht. Doch, siehst du doch. Über diese dreckigen Leute, die versuchen, Abkürzungen zu nehmen. So, ich muss da wirklich von dort... Da hinspringen. Aber ich komm da nicht hin. Außer... Ich geh diesen einen Weg wieder. Ja, es ist der Weg. Ich hoffe, du erinnerst dich an den Weg. Falls du dich nicht dran erinnerst... Das ist der Weg. Ne, der war's nicht. Ähm... Was war das nochmal? Wo war denn nochmal der Anfang? Ich glaub, es war hier. Ja, es war hier. Cool, weil jetzt dürfen wir wieder zu dem unsichtbaren Block hinspringen. Und den Weg gehen. Mit dem unsichtbaren Block. Ich hoffe, du erinnerst dich. Aber da hast du noch keine Artefakt noch nicht damals. Ja, deswegen. Und da ist dann wahrscheinlich das Artefakt. Weil da war ein Eingang. Achso. Das hab ich, äh, gesehen. Deswegen müssen wir nochmal dahin. Wenn wir uns grad ne Etage da drunter befinden, sollte das eigentlich in Ordnung gehen. Ja, geht in Ordnung. Hab grad nachgefragt. Habt kein Problem damit. Habt kein Problem damit. Ich wünsche dir dass du noch etwas nicht aufs. Habt kein Problem damit. Hör, ich... Ich will gerne Leuten, die die Kultesigners spielen. Ich mache es gerne. Ich... Ich... Ich bin die ärmste Menschen der... ...gesellschaft. Deswegen habe ich da geheim. Aber das Ding ist, das haben wir vor zwei, drei Folgen geöffnet und deswegen gucken wir in der nächsten Folge erst, was da drin ist. Bis dann oder ein Tschüss. Dieser Cliffhanger.